Hallo, wir zeigen euch einen Kartentrick und ersetzen die mittlere Karte. Rechts und links sind die zwei Damen und in der Mitte ein Pick-up. Ich werde jetzt die drei Karten umdrehen und ich werde jetzt die mittlere Karte rausziehen. Ihr denkt, das ist die Pick-up? Aber mal gucken! Die Kreuz 9. Es sind noch die zwei Damen und die bleiben übrig. Ihr braucht vier Karten und ihr braucht eine Schere, einen Tesafilm und eine Karte zum Ausschneiden. Ihr schneidet die Karte schräg durch die Mitte und klebt sie dann auf eine weitere Karte ein. Klebt sie so auf, dass man in den Ecken die Buchstaben biegt. Das ausgeschnittene Teil sollte man außerdem noch biegen und knicken können, sodass die andere Karte reinpasst. Ihr nehmt eine Karte, die ihr später zeigen wollt und fügt sie in das ausgeschnittene Teil, sodass man sie nicht mehr sieht. Ihr braucht noch eine weitere Karte, damit ihr das eingefügte Teil noch verdecken könnt. Die Zuschauer werden denken, dass ihr nur drei Karten habt, weil man das Teil, was drin ist, nicht sieht, sondern nur das ausgeschnittene Teil zu sehen ist. Wenn ihr die Karten also umdreht, sieht es immer noch so aus, als ob ihr drei Karten habt, weil man die neuen nicht sieht. Indem ihr die mittlere Karte rauszieht, denken die Zuschauer, ihr zieht das Ass raus. Doch da es nur das ausgeschnittene Teil war, sieht man jetzt die Karte, die eingeführt wurde, die Kreuz 9. Ihr zeigt euren Zuschauern die zwei übrig gebliebenen Karten, aber passt auf, dass man das ausgeschnittene Teil nicht sieht, also verdeckt das mit der anderen Karte. Danke schön! 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 Danke schön!